So Leute, herzlich willkommen in Baujahr 78. Heute geht es um die Reifen am Wohnmobil. Eines der sicherheitsrelevantesten Teile am Wohnmobil und es wird manchmal, was heißt manchmal, meistens von ganz vielen Leuten komplett unterschätzt. Die scheren sich also um ihre Reifen gar nichts, überhaupt nichts. Die behandeln die Reifen wie den letzten Dreck. Und wenn so ein Reifen mal bei voller Fahrt explodiert, beziehungsweise einen Riss bekommt und die Luft schlagartig verloren geht, dann geht das meistens nicht gut aus. Das passiert leider in letzter Zeit immer öfter. Das liegt wahrscheinlich daran, dass immer mehr Wohnmobile auf den Straßen unterwegs sind. Und dazu würde ich euch heute mal ein paar Tipps geben, damit euch das nicht passiert. Ich meine gut, man kann 100%ige Sicherheit, die gibt es nie. Die gibt es nie und nirgends, aber ich kann euch einmal ein paar Sachen sagen. Ich bin relativ gut gelesen in der ganzen Materie, weil ich schon seit über 26 Jahren im Automobilbau selbst stetig bin. Und da werde ich euch mal ein paar Sachen sagen dazu. Eines der Hauptprobleme bei unseren Wohnmobilen, das ist das, dass wir mit unseren Wohnmobilen mit viel zu hohen Drücken unterwegs sind. Das macht sich hier bemerkbar, wenn ihr ältere Reifen habt, die Oberfläche hier an der Karkasse, an der Profilfläche, ist meistens dann komplett abgefahren. Und außen habt ihr noch genug Profil drauf. Ja, wenn man so 30, sagen wir mal 50, 60.000 Kilometer runter hat, macht sich das hier bemerkbar. Das heißt, die Lauffläche ist ungleichmäßig abgefahren. Das liegt an dem hohen Druck. Hier müssen ja alle mit einem Druck 5,5 Bar unterwegs sein mit unseren Wohnmobilen. Das hat mehr herstellerseitige und versicherungstechnische Gründe. Denn das ist hier zum Beispiel der Michelin Agilis in der Größe 225,75 R16 CP. Das sehe ich immer für Camping. Den werden die meisten von euch fahren, den Reifen. Das sind so typische Reifen für die 3er-Hartton-Ammobile. Und dieser Reifen hat eigentlich von einem Hersteller Michelin eine Vorgabe von ungefähr 3,75 Bar als optimaler Reifenluftdruck. Mit zunehmender Beladung steigt natürlich der Luftdruck aber nie so krass, wie wir das fahren. Es gibt Tabellen für diese Reifen. Ich kann euch die mal einblenden oder verlinken unter dem Video. Da könnt ihr die das ablesen. Problem an der ganzen Geschichte ist, ihr könnt nicht einfach hergehen und könnt euren Reifenluftdruck runterlassen auf 3,75. Weil dann habt ihr nämlich irgendein Problem mit eurer Reifendruckkontrolle. Die ist auf einen gewissen Wert eingestellt. Ich glaube, ab 5,1 Bau löst die aus. Habt ihr ständig eine Fehlermeldung am Fahrzeug. Wäre ja kein Problem, das könnte man wegprogrammieren. Ich habe den Testschub gemacht. Mit 3,75 ist ein ganz anderes Fahren. Und das ist das Problem, wir fahren ja eigentlich mit Vollgummireifen. Mit dem extremen Druck wird das Fahrgefühl bzw. der Abbruchwiderstand total hart. Also die Reifen fahren, dann haben wir Vollgummireifen. Und daher kommt es auch, dass teilweise die Fahrzeuge am Übergang undicht werden. Durch das extreme Rumpeln, durch diese extremen Schläge, die man quasi hat, durch diesen hohen Druck, kommt es, dass die Aufbauten undicht werden. Es ist leider so. Ich bin mit 3,75 unterwegs gewesen. Ich weiß nicht genau, ob es 3,75 waren. Auf jeden Fall mit der vom Hersteller Michelin empfohlenen optimalen Luftdruck für den Reifen. Und es war ein ganz anderes Fahren. Ja, es war kein Rumpeln, kein Humpeln mehr. Man hat einfach hinten auch ruhig drinsitzen können. Beim Fahren war überhaupt gar kein Problem. Also ein Unterschied bei Tag und Nacht. Wie gesagt, ich will aber jetzt auch nicht mein Reifendruckkontrollsystem runterprogrammieren lassen auf einen niedrigeren Reifenluftdruck, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Auch versicherungstechnisch vorgegeben sind 5,5 Bar. Das finden Sie auch auf eurer A-Säule. Wenn Sie einsteigen in das Fahrzeug oder genau, da finden Sie es an der Seite, also ein Aufkleber 5,5 Bar. Ist halt mal eine Vorschrift, obwohl es eigentlich falsch ist, dass man mit so einem hohen Reifenluftdruck fährt. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, mit welchen Drücken er unterwegs ist. Ja, ich will euch da nicht irgendwas überreden, dass ihr jetzt mit geringerem Luftdruck fahrt. Ich wüsste nicht, ob es probiert. Das ist ein ganz anderes Fahren. Das ist auf jeden Fall schonender fürs Wohnmobil, für den Aufbau und für die ganzen Übergänge. So, dann geht es weiter. Jeder von euren Reifen hat eine DOT-Nummer. Ich suche sie jetzt selber gerade. Und zwar habe ich sie hier. Ich drehe mal die Kamera kurz, dass ihr seht. Seht ihr das? 16,18. Das heißt, der Reifen ist in der 16. Kalenderwoche 2018 gefertigt. Und ihr solltet immer die Reifen nach 5 bis 6 Jahren prophylaktisch wechseln. Viele Leute werden nicht sagen, ich wechsle dann nicht meinen Reifen. Ich fahre sowieso nicht viel, ich habe vielleicht bis 10.000 Kilometer drauf. Ja, das Profil schaut noch gut aus, aber um das geht es gar nicht. So ein Reifen hat gewisse Mischungen im Gummi drin. Das sind Weichmacher. Das sind einfach Mischungen, die wo verloren gehen auf die Dauer. Seht ihr es ja hier, wir stehen aber hier in der Sonne. Wohnmobilreifen haben ein ganz anderes Bewegungsprofil wie Pkw-Reifen. Also ein Pkw-Reifen wird fast täglich bewegt. Ein Wohnmobilreifen zum Beispiel, der steht lange. Dann wird er wieder sehr lange Attacken bewegt, mehrere tausend Kilometer zum Teil. Und dann steht er wieder sehr lange. Meistens stehen Wohnmobile in südlichen Gebieten rum, da wo wirklich die UV-Strahlung extrem ist. Wie man es jetzt hier sieht, steht der Reifenpreis in der Sonne. Und die UV-Strahlung macht jeden Kunststoff, jeden Gummi auf Dauer kaputt. Macht einen Spröde, macht einen Unsicher. Und das passiert auch bei unseren Wohnmobilreifen. Ja, deshalb sollen wir die, auch wenn das Profil noch so gut ist, wechseln. Profilaktisch, nach fünf bis sechs Jahren weg. Ja, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ich habe schon Wohnmobile gesehen, die haben mit Reifen unterwegs gewesen, die waren 15 Jahre alt. Das sind halt dann meistens die, die dann kaputt gehen auf der Autobahn. Und das will ich keinen, ich habe sowas einmal gesehen, also ich will es keinen wirklich wünschen, dass einem sowas passiert, weil das geht meistens, legt man das Wohnmobile um oder setzt zumindest das Gras in die Leitplanke, weil unsere Wohnmobile-Reifen haben kein Run-Flat-System oder sowas. Wobei hier wirklich einmal für die Hersteller einmal nachgefordert werden müssen, dass die wirklich auf Run-Flat umstellen. Das Fahrzeug ist natürlich auch aus Gewichtsgründen dann schwerer und das ist natürlich auch wieder ein Problem. Aber diese Reifen, wenn einen plötzlichen Luftverlust haben, geht das nicht gut aus. Und das Reifendruck-Kontroll-System, das hilft euch auch nur dann was bei einer schleichenden Entweichung der Luft aus dem Reifen. Weil ein Platzer bringt das gar nichts. Also überhaupt nichts. Der platzt und dann geht es ab. Das wünsche ich niemandem. Deswegen, man gibt so viel Geld für Schrott aus in seinem Wohnmobil. Für jeden Krampf gibt man Geld aus. Deswegen empfehle ich euch, haut nach 5-6 Jahren die Reifen runter. Das ist eure Sicherheit. Sicherheit und die Sicherheit eurer Family, die wo mit ihm oben übersetzen. Macht das. Ich kann euch das nicht immer wieder empfehlen. Ihr seht auch schon meine Reifen, die glänzen. Die glänzen so ziemlich stark. Das ist ein Reifen-Glanzspray, ein Reifenschutz, das auch ein Reifen vor UV schützt. Ich verwende da hier den Sonax Reifenpfleger. Ich mag es erst mal, dass der Reifen sauber gepflegt ausschaut. Die meisten Wohnmobilreifen, die sind so bräunlich. Das kommt vom Bremsabrieb und auch vom Reifenverschleiß. Ich will das immer alles schön gepflegt haben. Das schützt den Reifen ein bisschen. Wenn ihr das Wohnmobil von euch z.B. längere Zeit immer wieder in der Sonne stellt. Wenn ihr das mal für einen Standplatz habt, wenn ihr es nicht benutzt. Und es steht in der Sonne, da gibt es so Abdeckplanen. Also gibt es so runde Abdeckfolien. Solche gibt es bei Amazon. Und die macht es dann einfach drauf. Dann ist der Reifen zumindest vor extremer Sonneneinstrahlung geschützt. Das ist wichtig. Wirklich sehr wichtig, dass ihr das macht. Somit könnt ihr euren Reifen vor übermäßigen Verschleißen und austrocknen. Beziehungsweise Entzug der Weichmode UV-Strahlung schützen. Das sind alles so Sachen, die bedenkt man nicht. Man fährt mit Wohnmobil immer bloß. Macht sich immer alles Sorgen, nur nicht um die Reifen. Dann ranstellen ist das nächste Thema. Was heißt immer, wenn man über einen Randstein gefahren ist, dann heißt es immer, ja, ist das jetzt mal passiert, einmal passiert. Beim Reifen gibt es kein Einmal. Ein Reifen merkt sich jeden Randstein. Ob das Einmal, Zweimal, Dreimal oder Viermal ist. Ich kenne Leute, die fahren Landstreine mit dem Wohnmobil drüber beim Einparken. Ich habe vor kurzem noch mal zugeschaut. Der hat auf Einmaleinparken vier oder fünf Randsteine mitgenommen. Leute, das ist wirklich tödlich. Die Karkasse merkt sich jeden Randstein. Und wenn die Situation ungünstig ist, dann macht der Reifen irgendwann auf. Und das ist dann meistens unter der vollen Fahrt und ihr wisst ja selber ein Konzschwan raus. Dann die Auffahrkeile. Nehmt euch Auffahrkeile, die Runden, die ich euch schon mal vorgestellt habe, in irgendeiner von meinen alten Videos. Die Runden Auffahrkeile, nicht die kantigen. Denn bei den kantigen steht der Reifen eigentlich permanent auf so einer richtigen Kante drauf. Das ist auch nicht gut für ein Reifen. Muss jeder selber wissen. Ich will euch jetzt dazu nichts überreden. Ich gebe euch da nur meine jahrelangen Erfahrungen weiter. Nehmt die kantige nicht, sondern nehmt die Runden. Wo man sich quasi rauf fährt, der dreht sich dann so unten mit runter. Und dann steht die Fläche gerade auf den Auffahrkeilen. Das ist auch sehr wichtig. Randsteine meiden. Reifen nach fünf bis sechs Jahren wechseln. Man könnte es dann auch so ein Reifenspray hernehmen, wie es ich hier habe. Wichtig, hinten drauf schauen, da darf kein Aceton oder sowas drin sein. Nein, das ist nämlich wieder, manche Reifenpflegemittel sind kontraproduktiv für die Reifen, weil sie einfach für den Gummi schädlich sind. Ich weiß zwar nicht, warum da sowas verkauft wird. Ich weiß es nicht. Aber es gibt einige, die sind nicht gesund für den Reifen. Da müsst ihr dann ein bisschen lesen. Ja, da gibt es die drei Punkte. Reifen frühzeitig wechseln. Reifen Luftdruck, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir fahren definitiv alle mit zu hohen Luftdrücken mit unseren Reifen. Dann die richtigen Auffahrkeile und bitte keine Randsteine. Das ist absolut, ich kann sowas eigentlich gar nicht sehen. Randsteine überfahren mit Wohnmobil, das ist ein Graus für so einen Reifen. Ja, und wie gesagt, eure Luftdrücke einhalten, das ist jetzt ein Scheideweg. 5,5 Bar sind eigentlich zu viel. Ihr braucht es bloß mal in die Listen nachschauen für diesen Reifentyp, was der Hersteller da vorgibt. Für Wohnmobil, billig haben sie sich dann eigentlich geeinigt, Hersteller und Wohnmobilbauer, obwohl es eigentlich falsch ist. Ja, überprüft es regelmäßig, schaut es auch, holt es Steine aus dem Profil draus. Wenn ihr das irgendwo im Profil Steine drin habt, holt es die raus, dass die nicht die ganze Zeit mitgefahren werden. Überprüft eure Reifen regelmäßig, wenn ihr das Reifendruckkontrollsystem anspringt. Kontrollieren liegt es daran, weil die Luft einfach entwichen ist, weil es schon lange nicht mehr auffüllt hat. Oder ist doch wieder irgendwas faul. Lieber einmal einen Reifen zu viel gewechselt, als zu wenig, sage ich immer wieder. Ich meine, gut, so Reifen kosten Geld, aber spart es nicht an einer falschen Stelle. Das ist mir ziemlich wichtig, das euch mal zu sagen, weil man kauft so viel Schmarrn. Das ist ja bei mir selber für das Wohnmobil. Da hat er Tasche, da hat er Regal, da hat er mal eine Kaffeemaschine und so weiter und so fort. Aber die wichtig relevanten Punkte, die sicherheitsrelevanten Punkte, die verliert man meistens aus den Augen. Da können halt wirklich die Reifen dazu. Weil das ist das Verbindungsteil von einem Wohnmobil am Boden. Und das ist eines der wichtigsten Verbindungsteile. Und ich habe mir schon viele Umfälle angeschaut, Wohnmobile, auch im Internet auf diversen Seiten. Das ist nicht schön, wenn man sowas sieht. Also wirklich nicht schön. Und nur deswegen, weil die Reifen eben schon 10, 15 Jahre alt geworden sind und der Besitzer einfach sich so geizig war, dass er neue Reifen kauft. Das muss nicht sein. Das wollte ich euch jetzt mit dem Video nur mal sagen, zeigen, ein bisschen. Vielleicht hilft es dann ein oder andere von euch weiter, dass er an den Reifenplatz entkommt. Und eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nie. Es kann ihn auch nagelneue Reifen platzen, ja. Durch irgendwelche Fertigungsfehler. Aber man kann auch viel dazu beitragen, dass man sich vor so einem Szenario schützt. Ja Leute, das wollte ich euch nur mal gesagt haben, dass mir eurer Sicherheit doch auch ziemlich am Herzen liegt. In dem Sinne, bleibt es alle gesund. Ich hoffe, jetzt geht es dann bald los mit der Fahrerei. Dann wird es auch auf meinem Kanal interessanter. In dem Sinne wünsche ich euch noch schöne Tage. Das Wetter soll auch schöner werden. Bleibt es alle gesund. Und ciao bis zum nächsten Video.